und die heimatliche Laube, wie in der nachfolgenden Kabarett-Szene mit Trude Berliner und Siegfried Arno. Musik Isabel meint, jedermann fängt mit diesen Worten an. Ich kenn das schon. Verzeihen Sie. Da sagte sie, geh ohne zu verzagen. Ich möchte Ihnen ganz was anderes sagen. Es muss abends sein und du musst bei mir sein. Wir werden ganz im Zerwein uns gut verstehen. Unser Zimmer ist vom Sternenland erhellt. Und das Grammophon ist letztendlich schon abgestellt. Es muss abends sein und du musst bei mir sein. Wir werden ganz im Zerwein uns gut verstehen. Und ich sag dir süße Worte. Und du frischst die ganze Torte. Es muss abends sein. Ja, das wär fein. Na, ist das Leben nicht doch eine schöne Erfindung? Besonders mit Ihnen. Danke. Na, wie ist denn heute mit der Verständigung? In welcher Sprache? International. Danke. Sehen Sie so weit? Ja. Ich auch. Ich bin ich ein Schatz. Vielen Dank. In der Laufenkolonie lag ein süßes Katzenvieh und schnurrte in der Sonne. Sieben Meter nebenan lag ihr schwarzer Katzenmann im Schatten einer Tonne. Und in der gleichen Stimmung dachten beide, nur wer die Sehnsucht kennt weiß, was ich schlage. Es muss alles sein und du bei dir sein, nur du dich allein. Ja, das wär schön. Unser Zimmer ist vom Sternenglang verhellt. Und das Grafobol ist längst schon abgestellt. Es muss Abend sein und du musst bei mir sein. Wir werden dann zu zweit uns gut verstehen. Und ich sag dir süße Worte. Und du kriegst die ganze Torte. Es muss Abend sein. Ja, das wird fein. Und du kriegst die ganze Torte. Der noch in seinen Anfängen stehende Tonfilm emanzipiert sich von der Dokumentation musikalischer Ereignisse. Er schafft Werke sui generis, die Spielfilme mit Musik, die nur fürs Kino bestimmten Kabarettprogramme oder etwa den im Filmstudio entstandenen Querschnitt aus Giuseppe Verdis Oper Rigoletto in italienischer Sprache und mit italienischen Sängern. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Am Pult der Berliner Philharmoniker bei diesem kuriosen Zeugnis früher Filmadaption von Oper, das bereits fatal an spätere Studioerzeugnisse der Fernsehästhetik erinnert, steht Arturo Lucon, langjähriger Assistent von Toscanini und seit dem Gastspiel der Mailänder Skala von 1929 mit Berlin vertraut. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020